hallo ihr lieben heute wird wieder getöpfert und ich hatte mir das eine set da hatte ich euch ja schon ein bisschen was gezeigt gehabt und ich finde das set übrigens mega ja es ist nicht günstig das einfach leider ein fakt das kann man auch nicht schön reden hier seht ihr übrigens dahinten ecke wieder immer meine schweinchen noch mal in der nähe rumlaufen und genau aber ich finde den ton sehr super und auch alles was an werkzeugen dabei war fand ich einfach mega und so hilfreich es sind auch ganz viele anleitungen dabei ich habe mich da einfach so ein bisschen eher für mich so mein freestyle ich hatte ja vor einer weile schon mal so einen spiegel gemacht ich gucke mal bis ich verlinke und diesmal soll es was anderes werden ich muss gleich dazu sagen wer jetzt ein perfektes ergebnis erwartet der guckt einfach nicht weiter und wer einfach schaut ob eventuell irgendwie fehler vermieden werden können so wie ich es nämlich mache der darf natürlich gerne weiter gucken natürlich wäre auch gerne ein perfektes ergebnis sehen möchte da selbstverständlich auch gerne weiter gucken wird aber wahrscheinlich enttäuscht und aber ich mag mein ergebnis übrigens trotzdem auch wenn ich es jetzt gerade mit humor nehme das gehört einfach mit dazu und ja ich habe jetzt erstmal den ton einmal so ein bisschen durchgeknetet gehabt ich habe übrigens alles ein ganz kleines bisschen schneller gemacht weil es natürlich sonst auch ein sehr langes video geworden wäre und ich habe auch ein zwei drei sachen kurz rausgeschnitten wo es einfach länger dauert und habe ich einfach so in der mitte ein bisschen was rausgeschnitten damit dann einfach das ganze ein bisschen beschleunigt wird und ja ich habe dann jetzt so ein bisschen ausgerollt auch das war übrigens mit im set dabei wie gesagt finde ich mega ich mag sehr und dann habe ich das ganze so eine platte dann ihr seht schon so groß wie die schüssel ungefähr hatte ich mir vorgestellt es ist alles ein bisschen anders geworden aber wie gesagt ich mag das ergebnis trotzdem sehr es steht auch immer noch hier und dadurch funktioniert das relativ gut und genau also der lässt sich auch super verarbeiten finde ich er klebt nicht so extrem klar man muss trotzdem gucken wie man es eben halt runter kriegt ich habe es ja auf dieser silikon matte gemacht und es ist halt nicht einfach immer das ganze wieder runter zu bekommen aber wie gesagt das ist vollkommen in ordnung und ich hatte auch schon schlechteren ton muss ich dazu sagen und einfach weil der war wirklich damals eine voll katastrophe ich glaube ich weiß gar nicht ob ich das video damals hochgeladen habe ich glaube fast nicht ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher bin ja dann zwischenzeitlich auf fimo knete umgestiegen was auch okay ist finde ich aber ich finde natürlich töpfern nicht schlecht ich wollte auch schon immer mal gerne einen richtigen kurs machen ich muss noch schauen wo ich es am besten mache da wo ich es jetzt ursprünglich machen wollte da weiß ich noch nicht ob ich da in diese gegend gerne noch mal möchte muss ich gerade mal schauen mal schauen ja und dann habe ich das ganze hier mit einer kleinen wurst verbunden also damit da so eine art schale draus wird die ganzen wie sagt man die übergänge werden dann miteinander verbunden mit dem werkzeug beziehungsweise mit wasser mit also einfach alles damit irgendwie ganz muss so einen schönen übergang gibt ich finde auch die die untertasse sei ich jetzt mal sehr sehr schön trotzdem geworden ich habe sie ja dann auch noch angemalt wie gesagt alles zeige ich euch alles wie es gemacht habe und habe es dann wie gesagt eben halt auch hier so ein bisschen dann auch gekürzt war aber ich glaube es ist trotzdem alles zu erkennen es war übrigens nicht ganz so einfach aber ich finde es hat auch was meditatives irgendwo also für mich ist ja mal alles wo man irgendwie einfach macht irgendwie sehr sehr angenehm für mich und freue mich da eigentlich auch immer sehr drüber und deswegen war es für mich jetzt auch einfach ein wunderschönes ausprobieren ich habe übrigens noch einen so ein beutelchen darling ich hoffe der wird jetzt nicht ist nicht schon hart geworden muss ich natürlich dann noch mal schauen aber ansonsten werde ich garantiert noch mal was ausprobieren und da ich jetzt eben einfach urlaub habe werde ich da wahrscheinlich einfach genau das jetzt irgendwie die tage nochmal ausprobieren und ja ansonsten muss ich schauen was ich jetzt so in meiner urlaubszeit machen damit ich einfach mal zur ruhe finde die letzten wochen monate eigentlich das letzte dreiviertel jahr einfach noch mal so ein bisschen für mich zur ruhe finden alles andere ist halt einfach sonst nicht so schön wenn man nicht mehr zur ruhe finden kann und als zweites stück habe ich hier eine tasse versucht wie gesagt sie ist nicht die schönste nicht die tollste aber für mich die beste und einfach weil ich irgendwo bin ich schon stolz darauf dass sie überhaupt so geworden ist wie sie geworden ist es gibt natürlich auch schönere sachen ich habe irgendwie als kind schon relativ lange her habe ich auch schon getöpfert da war ich damals mit meiner klasse bei einem keine ahnung was das war ausflug oder wie auch immer und wir durften da eben auch so ein paar sachen machen und ich habe selbstverständlich wie man mich kennt einen elefanten gemacht dieser elefant ist auch nicht der schönste aber ich habe ihn über so viele jahre mittlerweile behalten er steht noch ich glaube einmal war es der rüssel der so ein bisschen irgendwie dann kaputt gegangen ist aber er konnte wieder heile gemacht werden weil einfach alles wieder gefunden wurde was abgebrochen war und dadurch konnte ich es auch wieder heile machen und vielleicht sollte ich einfach noch mal einen elefanten machen vielleicht macht das sinn und genau also dadurch für mich einfach jetzt hier auch bei der tasse zum beispiel fand ich es recht relativ schön einfach diese würstchen da immer so zu rollen zu machen und dann so ein bisschen das ganze zu verbinden ich habe zum teil leider manche sachen nicht so richtig gesehen das war aber wirklich mein fehler das ist einfach manchmal wenn es falsch steht dann sehe ich es halt nicht und das lag aber weder am ton noch am irgendwas wie gesagt ich mag das set sehr sehr gerne ich verlinke selbstverständlich dann auch noch hello claire und also falls ihr dann wirklich schönen ton und wie gesagt das ganze zubehör was da rechts liegt das war alles mit dabei also ist für mich mega und dadurch gönnt euch und wie gesagt ja es ist nicht ganz billig aber es ist auch qualität und wie gesagt ich hatte ich glaube ich damals hatte ich es bei etsy glaube ich gekauft den anderen ton und ich muss sagen ich war mega frustriert damals weil ich ständig irgendwie das gefühl hatte es funktioniert nichts übrigens der ist immer ganz schön weich also ich habe irgendwie für mich festgestellt okay dieses hin und her düdeln war jetzt ein bisschen kontraproduktiv aber das weiß ich für die zukunft ich muss es da einfach dann stehen lassen und dann ist das auch okay so ist einfach immer so eine kleine dalle reingekommen und ich würde auch total gerne übrigens mit so einer drehplatte gerne arbeiten wollen aber ich glaube das ist eher was wahrscheinlich für fortgeschrittene wie gesagt ich muss noch mal gucken ich möchte gerne unbedingt so einen kurs machen und da dann einfach so ein bisschen schauen was man da irgendwie vielleicht lernt man da einfach auch Sachen zu ich mag ja so eine Sachen generell einfach so mit den Händen irgendwie einfach machen ist ja nicht umsonst mein Spruch ich habe ganz viele Sprüche die für mich einfach immer wieder passen oft sage ich mit Mut ich mache es dann eben einfach mit Mut und das sind so Sachen die für mich einfach immer wieder passen und ich auch immer wieder sage und bisher hat es auch auf jeder Arbeitsstelle wurde es übernommen keine Ahnung wenn ich weg bin ob das dann weiterhin übernommen wird aber das ist mir in Tatsache auch egal ob das dann übernommen wird oder nicht weil es ja auch mein Spruch ist und dadurch lassen wir das so wie es ist und wie gesagt ich habe noch ein Set zu Hause das werde ich denke ich jetzt auch in der Urlaubszeit machen da kann ich eine Tasse selber bemalen und ich probiere das Set sehr sehr gerne dann mal aus und hoffe dass das funktioniert und ich habe mir wirklich vorgenommen das Ganze mit bestimmten Wörtern, Sprüchen die einfach zu mir passen dann am besten zu machen ich hoffe das funktioniert so bisher sind die eine Tasse die ich jetzt letztens hatte die ist mir leider kaputt gegangen und ich habe auf diese Tasse so lange gewartet die war auch nicht die schönste aber die Farben unglaublich schön alles ich glaube das Video selber habe ich glaube ich noch gar nicht hochgeladen gehabt und aber das war für mich irgendwo schon traurig wenn mir die Tassen kaputt gehen ich hatte schon mal eine Tasse die mir dann kaputt gegangen ist ich habe jetzt hier noch eine Tasse stehen die nicht meine ist und aber ich habe diese Person der die Tasse gehört nicht mehr gesehen da sind einfach ein paar Sachen vorgefallen die einfach so nicht mehr da kann eben einfach auch leider mal eine Freundschaft kaputt gehen was ich sehr sehr schade fand weil ich eigentlich sehr sehr gerne mit der Person einfach Dinge unternommen habe und ja es sollte so sein und es ist okay mittlerweile sind jetzt auch schon ein paar Jahre her glaube 2020 ging es los glaube ich also wo dann so langsam die Krisen auftauchten ich immer wieder gemerkt habe dass ich eigentlich zweitrangig bin mit mir nicht mehr wirklich was gemacht werden wollte immer irgendwelche irgendwelche ausreden waren und immer erst zusagen und dann ganz kurzfristig absagen das finde ich immer traurig und gucke ich mir auch eine weile an kann immer mal was sein ich bin bestimmt nicht perfekt in so Sachen aber ja und dementsprechend diese Tasse steht noch hier ich muss mal schauen vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Situation dass ich diese Tasse dann doch irgendwie dort wieder an den Mann bringen kann und ja ansonsten ihr seht schon meine Tasse wächst und sie wird ordentlich verstrichen ich habe wirklich ganz viel Mühe mir gegeben und wie gesagt ich wiederhole mich garantiert das Set ist super und vielen lieben Dank da Tatsache auch an Hello Claire und ja ansonsten ich freue mich wir sind weiterhin über 800 Abonnenten vielen lieben Dank ich freue mich es sind ganz unterschiedliche mein Kanal besteht ja aus ganz unterschiedlichen Themen einmal ums Basteln einmal um die Musik und immer wenn ich auch wieder Short Videos hochlade kommen natürlich auch immer welche aber die gehen oft auch wieder und finde ich zwar immer sehr sehr schade weil ich glaube einfach wer wegen den Short Videos kommt der ich lade ja nichts anderes hoch als meine Short Videos ne also da sind die Themen ja alle ähnlich entweder ist es Musik das einzige was vielleicht ein bisschen anders ist sind Meerschweinchen ich glaube direkt Meerschweinchen habe ich bisher nur ein richtiges Video hochgeladen und das war leider letztes Jahr wo mein kleiner Bärt leider gehen musste der ist über die Regenbogenbrücke gegangen und aber ansonsten sind die Themen eigentlich bei mir alle ähnlich gleich Basteln Musik für mich einfach super ja hier seht ihr schon ich habe leider da nicht gesehen als ich das ganze gemacht habe dass da irgendwie was offen war und aber ihr seht schon ich finde wie gesagt ich finde die Untertasse jetzt nicht hässlich aber ihr wisst was ich meine es ist einfach ein Anfänger Projekt hier sind dann beim Trocknen halt ganz viele Sachen einfach aufgepoppt dass die halt nicht richtig smooth miteinander verbunden waren ich finde sie trotzdem schön deswegen habe ich mir natürlich auch weiter in die Mühe gemacht und habe das ganze dann angemalt und übrigens so eine Paletten und so sind mega ich hatte jetzt auch in einem anderen Set war auch eine Palette drin die finde ich auch mega das Video kommt auch noch der einzige Nachteil ist wenn ich das Video hochlade wird es dieses Set so nicht mehr geben ich glaube es gibt das jetzt schon nicht mehr wenn ich mich nicht irre und dadurch ist das natürlich schade aber ich glaube einfach der Gedanke wie kann man Dinge machen glaube ich kommt dann auch in diesem Set sehr sehr gut rüber und man kann sich die Sachen da auch ganz ganz toll alleine kaufen die Farben dort sind super also ich habe es schon gemacht ist auch schon ein paar Tage her ich wollte aber bevor ich es hochlade einfach nochmal ein neues Projekt daraus machen weil ich finde dass beim ersten Mal machen das nicht ganz so schön geworden ist und deswegen müsst ihr euch da noch gedulden wie gesagt ich hole mir so gerne irgendwelche Sets wenn ich die sehe mein letztes Set was ich sehr geliebt habe war übrigens das Mosaik Set und da könnt ihr auch gerne nochmal auf dem Kanal ist noch nicht ganz so lange her aber ich liebe es halt wirklich sehr und genau und hier ich male es jetzt einfach total entspannt an ich liebe es wie gesagt sehr wenn man einfach das Ganze so ein bisschen vor sich hin macht und ich habe ja viel dass ich dann eben die Hörbücher höre und weil es einfach so schön entspannt ist also ich glaube wer irgendwie ich glaube die Einzelnen die vielleicht nicht entspannt sind beim Basteln sind die die immer so extrem akkurat alles machen müssen diese Perfektionisten und nicht einfach mal sagen kann ja ist okay finde ich super und wie gesagt ist ganz ganz ist auch okay jeder hat da ja so seine Sachen ich habe meinen Perfektionismus in anderen Sachen und bei mir ist es beim Basteln einfach nur wichtig dass ich einfach zur Ruhe finde Spaß dran habe dass die Ergebnisse für mich nicht komplett random sind aber ja und meine Tasse habe ich selbstverständlich auch angemalt die habe ich dann mit so einem leicht anderen Goldton gemacht das ist eher so eine Bronze und das ist schon echt schön ich mag es ich mag es und wie gesagt sie steht immer noch da sie bleibt auch da und habe immer noch meinen Spaß da dran und wie gesagt auch das einmal ich hatte ja jetzt eine normale Acrylfarbe genommen übrigens und die hat sich auch sehr sehr schön gemacht und ich hatte damals bei dem anderen Set übrigens auch sehr sehr schöne Farben bei das war glaube ich das einzige was ich wirklich richtig gut finde oder fand damals dass diese Farben so mega schön sich haben auftragen lassen das war auch so eine Goldfarbe und die waren so so schön also ich man merkt manchmal den qualitativen Unterschied bei den Farben was ich früher nie gedacht hätte früher wäre ich jetzt irgendwie einfach 0815 kaufen gegangen aber es gibt einfach so große Unterschiede teilweise und klar wer jetzt gefühlt jeden Tag irgendwie ein Bild malt oder so der wird sich keine extrem teuren Acrylfarben kaufen das verstehe ich total und aber wie gesagt wer da einfach mal so ein bisschen schaut oder halt eben auch ein ganz schönes tolles Bild mit ganz viel Details und so der sollte wahrscheinlich so ein bisschen schauen ob es halt eben vielleicht doch schönere Farben gibt und die Farben haben sich im Übrigen auch sehr gut gemacht aber es waren Acrylik Farben und die waren auch sehr angenehm ich zeige euch übrigens gleich nochmal das Ergebnis damit ihr da dann eben auch seht wie es dann finally jetzt aussieht habt ihr eigentlich schon im Tide Bild gesehen ich habe mir jetzt immer angewöhnt dass ich dann die Tide Bilder schon mit dem Ergebnis bestücke und dann funktioniert das relativ gut ich habe übrigens mehrere Schichten gemacht einfach weil es einfach wenn die Oberseite noch nicht trocken ist kann man natürlich die Unterseite noch nicht machen aber das sollte jedem logisch sein und das hat relativ gut funktioniert ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag ich hoffe ihr habt einfach nochmal das schöne Wetter genossen zumindest hier in Berlin ist einfach gerade noch wunderschönes es ist jetzt kein Hochsommerwetter mehr es ist einfach total angenehm unglaublich schön nicht zu warm, nicht zu kalt man kann irgendwie sich auch mal wieder ein bisschen bewegen und dadurch ist für mich das optimale Wetter genießt also noch den letzten Sonntag im Herbst oder sind wir jetzt schon im Herbst? ich weiß das gar nicht aber auf jeden Fall bis hoffentlich ganz bald bis dann tschüss offline aber wir haben und Vielen Dank.